So, wir sind jetzt hier bei der letzten Station unserer Campusführung, die SUB, das ist die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, kurz SOB. Die SUB hat, wie der Name schon gesagt, als Bibliothek maßgeblich Bücher inne, wo man Bücher ausleihen kann, verschiedene Fachrichtungen und andere Möglichkeiten hat, Dinge auszuleihen und zu recherchieren. Es gibt Computerarbeitsplätze, es gibt Einzelarbeitsplätze im gesamten Gebäude. Im zweiten Stock gibt es noch einen großen Computerarbeitsraum, wo man Dinge ausdrucken kann und recherchieren kann. Und im Keller gibt es ganz viele Bücher im gesamten Freilandmagazin. Das Gebäude ist in der ganzen Breite und Länge des Gebäudes unterkellert und dort findet man viele, viele Bücher. Das Freilandmagazin ist schon seit mehreren Jahren geschlossen. Wenn man ein Buch ausleihen möchte, geht man quasi online hin, meldet das Buch online an, dass man es haben möchte. Und einen Tag später, ein paar Stunden später, kann man es dann an der zentralen Abholstation abholen. Ansonsten war es das mit unserer Campusführung. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr teilgenommen habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was hier erfahren. Bis dann.